Hallo meine Freunde und Willkommen zu einer weiteren Runde Das kostet 2, also nicht weiteren Runde, sondern neuen Let's Play und baum, ich bin tot Ne, ne ich nicht, verdammt Oh Gott, da ist ja ein... Jetzt bin ich tot Ah, 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 oh Gott Ja, ein Horn XLP ist übrigens dabei Ja, der ein Horn XLP, auch genannt Eigen XLP, jeder nimmt mich ein Horn XLP, weil Max damit angefangen hat Ja, das ist bitte super Wenn ich's nicht vergesse, blende ich's ein Ja Mach mal bitte ein Einhorn Geräusch Äh, äh, ja Ja, so ungefähr Ich höre es doch nicht, wenn man sich irgendwie ein Einhorn sich anhört, verdammt nochmal Doch, das weißt du, sei leise und weiß es Ich hab's heute sehr viel von der japanischen Kultur, aber das weiß ich ganz bestimmt nicht Shift Oh Gott Oh Gott Äh, mein Auto brennt Ist das schlimm? Ich bin aus dem Auto rausgefallen Und es brennt Versuche ich gerade jemandem zu jagen Ich lösche es Ich lösche es Nein Wie hoch ist mein Ping? Wo kann ich das Lacko? Man kann brennende Autos nicht mit Seifenblasen löschen Merke es dir Oh, scheiße Wie der Tour hat gefailt Offroad, ich nehme jetzt cooles Ohrgeil, ein Quad-Ball, lol, wie ich da immer wegfliege Mann Kompetenz Von Auto Läuft ich mich gleich drauf gesetzt habe mit dem coolen Enterhaken Ja, das kostet zwei Multiplayer Mods ist hammer episch Box sich hart Ja, sehr schönes Spiel Ja Sehr realistisch und alles Natürlich Definitely not over the top Ich fliege mit einem Truck Ich fliege Ja Handbremse Das bringt was in der Luft Das bringt tatsächlich was in der Luft Soll ich noch mal ein Spiel treffen Tja, was Oh, hier, TP-Airport Ich sehe es hier gerade aus der Luft Slash TP Air Port Ah, Gott, ich... Oh, warum leuchtet meine Tastaturle nicht? Ah, meine leuchtet blau Meine Häuser auch Slash TP Grün Slash TP Airport Port So Teilstilme sind was für Loops Was hast du dafür geöffnet was dafür? Äh, Rocket is cool Oh, Mann! Ich fliege mit Charcon herum Ja Eingabegeräte Bist du da? Bist du da? Bist du da? Bist du da? Ja, ich bin hier irgendwo, also... Ich kann dir gleich sagen, ich bin der Erste, der auf dem Airport ist Da würdet ihr nicht auch in... Äh, warte mal... Achter, ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen, oh mein Gott, ich seh dich! Das erste Mal! In meinem Leben, also im Spiel Und auch in echt und sonst... Ey, Icon, Icon, Icon Ey! Säfenglasen! Ja, jetzt wissen wir was cooles machen Jetzt haben wir uns gefunden, jetzt... Verdammt Nein! Ich will aus dem Kaufmenü raus Komm mal runter Und in den Jet mit rein Barbegan! 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 Wo bist du denn jetzt schon wieder? In dem Jet im Cass... Cassius, hier unten im... im Flugzeug Ja! Komm her! Komm rein! Steig ein! Ich bin hier oben drauf, das reicht mir! Nein, ich fliege jetzt los! Oh Gott! Icon, pass auf! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Er ist weg! Warte, 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 warte! Ich hab ne... Ich hab ne bessere Idee, ich hab ne bessere Idee, ich hab ne bessere Idee, ich hab ne bessere Idee Und jetzt? Nicht, nicht die Baum! Na! Ja, jetzt... Es war doch ne gute Bremsung, oder nicht? Komm mal her! Komm mit, ich spawn jetzt ein Auto Ist man kein Passagierflugzeuge fliegen? Krass! Ähm, Moment... Ähm... Military So... Alke, komm mal rein! Jump in! Ich fahr jetzt auch nicht allzu schnell Warum bist du denn hier schon wieder? Hä, ich dachte du bist reingegangen! Nein! Das war ein anderer! Äh, ich... Ja anscheinend! Mann, warte, ich... Ich hab so ein militärisches Fahr... Ich fahr wieder zurück dahin, wo ich vorher war Lol, wie man durch dieses Schild nicht kommt, alter Bist du, warte, ich... Ja, ich seh dich! Warte, Alken! Bleib da stehen! Ich komme zu dir! Komm mal! Oh Gott! Ich kann nicht bremsen! Hahahaha! 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 What the fuck! Alken, warte mal, alter! Jetzt, jetzt alles gut! Wir holen uns jetzt... Wir holen uns jetzt einen Sportscar! Oh Gott! So! Alles nach Plan verlaufen! Jetzt komm! Steig ein! Ja, fahr mich an, du Arsch! Äh, eh, oder? Ja, eh! Hey! Warte mal stehen! Hahaha! Wirklich! Oh Gott! Oh Gott! Ja, okay, steige ein! Auf geht's! Einsteigen! Nicht auf dem Auto draufstehen! Okay! Bei mir passiert nichts! Ah, ich bleib mal von dir! Oh! Ich steig mal aus, ne? Wo bist du? Tick, tick! Bist du tot! Hahaha! Hahaha! Oh Gott! Hahaha! Du Arsch! Ja, komm wieder zum Airport! Oh Gott, ey! Alter, was ist da los? Das ist falsch! Du bist falsch! Du bist falsch! Oder ist falsch! Ey, die kommt da! Machen, du willst über meine Mama! Hahaha! Okay, 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 äh... Ich kann hier nicht da... Ach, doch, kann ich! Okay, Icon, komm mal auf, komm mal auf den... Auf den Airport rauf! Ich bin schon wieder tot! Alter! Bist du ein Kompetenz? Ja, Freiflug! Ich hab, du versuchst zu tapen, aber das hat nicht geklappt! Ich hab, du versuchst zu tapen, aber das hat nicht geklappt! Achso, ja, mach ich auch immer! Äh, funktioniert wunderbar immer! Ähm... Ja, ich bin jetzt hier nämlich mit dem Helikopter-Rotor! So, ähm... Kann man hier aber ganz gut fliegen! Oh Gott! Ich will einfach nur scheiße! Ja, ich muss hier in dieses Spiel leider, leider, äh... Leute, da ist ja einer! Igitt! Rausspringen! Ich weiß nicht, was du willst! Boah! Wie ich den einfach... Der setzt sich so oft bei... Ich bin überfordert! Auf mein Helikopter, was mach ich instinktiv? Rausspringen! Nein, das lässt er nicht! Eiken, komm her, auf den... Ich bin jetzt nicht beim Helikopter, ich bin jetzt auf dem Airport, wo bist du? Doch, auf dem Airport! Aber nicht auf dem... Aber jetzt ist mein Ausbruch! Hey, du bist nicht auf dem... Nee, auf, auf, auf... Da drauf! So, wo wir uns da... Da krieg ich, du bist schon wieder tot! Wo bist du? Nein! Wo bist du? Nein! Nein, doch, Baum! Egal, ihr war Sporn! Wo bist du? Bei mir im Quatterung! Leute haben Sex! Da musst du jetzt... Was? Im Jet? Was? Nein, ein riesiges Schiff auf einem Jet! Okay... Das, äh... Das sieht... Das sieht interessant aus! Wo bist du denn jetzt? Ich fang mein Quad herum! Komm jetzt her! Wo bist du denn überhaupt? Am Airport! Auf diesen... Oh Gott! Auf diesen Terminal-Dings da! Ja... Ich bin der einzige, der auf nem Terminal-Dings da steht! Und ich hab ne Bubble Gun! Reicht es nicht, um mich zu identifizieren! Bubble Gun! Ja... Flieg! 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 Oh Gott! Mann, ich bin so ein guter Helikopter! Flieg! 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 Wo bist du denn jetzt? Ja, ich komm gleich zu dir! Einen Moment! Loll! Loll! Wie ein paar Null-Chaos ist, ne? Airport ist ja mal der geilste Spot, ey! So, ich bin auf den Airport und jetzt gehe ich auf den Terminal-Dings... Geh auf das Höchste! Oder ne, geh nicht auf das Höchste! Weil da kam ich nicht so gut drauf! So, wenn ich jetzt nicht sterbe, dann... Bin schon auch gleich auf dem Höchsten drauf! Mann! Das ist doch doch... Oh Gott! Weils Schirm! Ja, warte, dann komm ich noch aufs! Ey, jetzt ist einfach zuviel los! Harry, das ist... Harry, das ist... Ich mag das so auch! Oh, ich hab dich gesehen! Warte, 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 ich... Ich hole uns gleich einen Helikopter! Harry, das ist z.B. Flattdeutsche, so, ne? Ja, ja, ich kann kein Flattdeutscher... Aber darum soll es jetzt nicht gehen! Ich musste es teilweise ein bisschen... Ja, nein, nein, nein... Äh... Warte, 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 so! Hallo, bist du! Hallo! Hallo! Äh... War wirklich geil! Gut! Okay, jetzt, 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 jetzt hole ich mir einen Helikopter! Okay! Du steigst jetzt ein! Ich steig ein! Steig ein! Er rutscht! Sehr gut! Nein, bist du nicht! Oh, ich sollte eventuell rausgehen! Jetzt geh doch raus, du! Ich bin raus! 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 Mann! Scheiße! Ich hab noch gelebt, Mann! Du hast noch gelebt! Ich hab auch noch gelebt! Und dann war ich tot! Ich tippe mich wieder zum Airport! Ich bin schon... Ich bin wieder aufm Airport drauf! Nein, geh nicht ganz oben rauf, weil da wären wir wahrscheinlich noch umgebrä! Ich spawn einfach den Helikopter! Aua! Tot! Ja, sag ich doch! Jetzt ist einfach zu viel Chaos! Was? Chaos? Hier, in diesem Spiel? Nein! Nein! Ich bin auf nem kleineren Terminal! Ich find ne falsche Leute, der auch mit hat, ne? Der wirft sie ja immer weg! Der nimmt sie ja nicht wieder mit! Oh, hier ist ein grüner Helikopter! Der ist grün! Und Helikopter! Da! Ich bin in... Wo ist der, der grüne Helikopter? Da ist tot! Der ist einfach tot! Ist so alter, der ist tot! Huuuui! Kommst du jetzt? Kommst du jetzt? Mal hier! Icon! Los! Bei Fuß! Ja, ich hab'n Helikopter! Ich hab'n Helikopter! Ich hab' aber auch einen Helikopter! Und der ist geil, aber der hat Waffen! Ja, wo bist du denn? Äh, am Airport! Oh, ich häng' schon wieder jemand an mir dran! Ja, egal! Jetzt komm' einfach... Spring einfach raus und... Komm her! Wo bist du denn jetzt? Über dir! Über dir! Ja, dann... Dann land' ich jetzt! Und du auch! Und dann steigst du bei mir ein! Ich bin jetzt mal raus! Das ist eine wunderbare Idee! Mach' ich auch! Nein, du machst das nicht! Ich seh' nicht! Nix rum! Der Helikopter fällt gerade runter! Das ist meiner! Ja, okay! Wo bist du denn jetzt? Ja, ich komm' zu dir! Warte! Ah, da bist du! Ich hab' dich gleich gesehen, oder? Ich hab' nur flogen! Wo bist du? Ah! Ich werde jetzt zu... Too much Gaon! Over L! Oh Gott! Ich bin gerade jetzt in der Schießerei! Wie in Chicago! Ja, was ist jetzt hier los? Aber ich fick' ihn einfach, weil er zu schlecht ist! Aber er lädt sich auf! Wo bist du denn jetzt? Ich hab'... Ich war jetzt beim großen Militär gekauft! Ich hab' schon gedacht, wärst du! Nein! Ich bin denn auf dem Boden! Ich such' dich mal! Ja! Jetzt fliege ich einen großen... Warte, ich glaub' ich hab' dich gesehen! Äh... Zumindest die Farbe stimmt! Ja, Icon! Ich bin hier! Hier! Ich schieße! Warte, warte! Ich hol' mir kurz ne... ne... Bubble Gun! Warte kurz, da wo du bist! Ich bin auf dem Airport! Oh Gott! Ich wurde überfahren! Äh, aber ich lebe noch! Alter! Das Spiel, ne? Komm' her! Ich hab' hier ne Bubble Gun! Siehst du die Bubbles von der Bubble Gun? Wird schon wieder überfahren! Ich seh' dich! Ah, ich seh' dich! Ich seh' dich! Warte, ich komm' zu dir! YOLO! YOLO! Ich hab' grad' Neely gespawnt! Ich spinn! Ja! Komm' rein! Jump in! Icon! Icon ich das ja nur! Bist du jetzt drin? Fuck! Ich bin tot! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ist das denn so schwer? Das ist scheiße! Bist du wieder tot? Ich auch! Ist das denn so schwer? Wir machen jetzt... Desert 2! Mach! Slash! Okay, okay, okay! Ich verstehe! Oh Gott! Wir sind so schlecht! Ich glaub' ich bin dann in Desert 2 schon cool! Hier ist nämlich eher der... Ich steh' aufm Auto von jemandem! Äh! Ich sollte da eventuell runter, weil sonst werd' ich hier... Äh! Und... Sieh! Ich zieh' nämlich alles ruhig! Nicht zum Airport! Und dann... Dann... Ich hab' nämlich noch was vor! Bevor die Folge vorbei ist, sonst wird... Das wird hoffentlich cool! Ah, Moment! Wo bist du denn? Bist schon da? Ja, bin ich noch nicht! Alter! Ich muss doch nur DER2 eingehen! Oh, ja! Was? Sieh, es ist so anspruchsvoll! Was? Ich hab' ein Auto mit Maschinen dran! Was ist total anspruchsvolles? Oh Mann, jetzt hab' ich schon wieder! Ich hab' grad' alles minimiert! Kacke! Mann! Nein! Nein, du würdest spiel! Was? Nee, warte, 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 warte! Ist alles okay! Wie heißt dieses Auto? Ich will... Salva mir! Wuuuui! Ich bin grad auf dem höchsten Gebäude der Staat! Also von DER2art! Äh... Ja, nicht mehr! Okay! Äh, oder? Ey, was unser höchste Gebäude auf DER2art! What now? I'm again unser höchste Gebäude auf DER2art! Ja... erstmal die statu ok no chat lands ich weiß nicht ob der statu verdammt gut dass man die übrigen kann kann ich einfach wieder zum airport gehen nein es ist viel voller das verdient nie das kriegen wir hin nein ich will was machen oder City One gibt es City One? nein nicht schon ja gibt es da gehen wir zu City One erste Telefon und zwar auf einem Gebäude mit einem Helikopterplatz ich bin auf einem Gebäude mit einem Helikopterplatz ich bin auf einem Gebäude mit einem Helikopterplatz wo bist du denn? du Sackhead und jetzt kam er ja es ist gut ich bin nicht da oder es sehe ich glaube schon nein nicht den Kolob die Granatwerfer an mir ausprobieren mein lieber das kommt dich toll zu stehen nämlich den Tod so tschüss wo genau hängst du ab? am Helikopterplatz wenn du sponsor siehst doch direkt zu ja gut ist Helikopterplatz bin da ja komm auf den Helikopterplatz geht auch was los du bist schon da du bist schon da ja da aber du bist nicht auf meinem Helikopterplatz ja da das ist auf dem Haus oh klar Helikopterplatz nein ich schieße mich nicht nein ich schieße mich ich rechne dich rette dich nur weil ich ihn umgebracht habe einmal tut mir sorry tut mir sorry ja okay jetzt möchte ich mich jetzt 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 ist der große Zeitpunkt gekommen warum was hat das denn was hat das denn ich kann nur eh drücken und dann hau ich dich da raus so wir gehen jetzt nochmal wir gehen jetzt auch mal City One auch mal bist du tot ja bist du noch da oh mein Gott noch besser so ich bin jetzt da auf dem so ein Arsch ne warte wir töten wir töten jetzt bei den Helikopters das Typ das Typ töte ihn Granate wie kann ich Granaten werfen Grenade Launcher oh Gott 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 ich sterbe gleich ich bin schon tot hä bin schon tot oh Mann was machst du was macht der bei uns Eiken du lebst da noch nein bei mir schon jetzt bist du weg jetzt bin gleich wieder bei dir sehr gut was der auch seinen Helikopter nimmt ne ja echt ey ja echt ey jetzt das Slash vergessen man man es ist so anschleck Mama wir sind so schlecht wir sind so schlecht ich hasse es ich hasse es ich hasse es ja ja dann werde ich jetzt die Folge beenden ich wollte ja noch was machen aber ging nicht Spiel ist scheiße so meine Freunde diese Folge Just Cause 2 ist auch schon fast vorbei ich hoffe sie hat euch gefallen wenn sie euch gefallen hat könnt ihr wie immer einen Daumen nach oben geben rechts seht ihr die letzte Folge Just Cause 2 beziehungsweise eine Folge StarCraft 2 und links seht ihr einmal die Links zu meinem YouTube Kanal zu Facebook und zu Twitter außerdem könnt ihr wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt gerne abonnieren ja dann bedanke ich mich und sage tschüss und bis dann